Boah, okay, das ist der krasseste bisher, Darkus Dragon. LOL, wie krank ist der? Okay, das ist mit Abstand der Hefteste. LOL, was ist das denn für eine Map? Die kenne ich gar nicht. LOL, die Map habe ich noch nie vorher gesehen, Junge. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas Kanal, Freunde. Wir werden heute die viralsten und krassesten StumbleGuys YouTube Shortouts anschauen und eben schauen, wie viele Aufrufe sie haben. Ich bin einfach mal ultra gespannt, was heute dabei rauskommt. Schreibt unbedingt in die Kommentare, welches Short ihr am krassesten fandet. Lasst ein Like und ein kostenloses Abo da und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go! Das erste Short ist so ziemlich das viralste mit 26 Millionen Aufrufen. Okay, Leute, wir sind hier einfach mal in Blockdash. Oh, okay. Oh, oh mein Gott, er kickt hier alle weg. Die Frage ist, was passiert jetzt? Okay. Ey, voll die nice Zeitlupenaufnahme hier. Oh mein Gott, er hat alle Hops genommen und ist weitergekommen. Alter, das ist krank, Digga. Okay, Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Bevor es losgeht, abonniert gerne meinen neuen Reaktionskanal Lukas. Dort kommen auf jeden Fall jeden Tag neue Videos online. Also, Leute, abonniert den Link in der Beschreibung. Wie sieht Lasertracer nach einer Sekunde, einer Minute aus? Nach fünf Minuten? Oh mein Gott, was passiert dann? Alter, Junge, was? Wie viele Laser sind das, Bruder? Alter, wie krank. Wie krank, Digga, das Thema so lange geschafft hat. Okay, Leute, 2022 sehen wir hier. Ja, lol. Und jetzt 2021. Ah, das zeigt quasi einfach, wie die Spieler gut geworden sind, oder was? Ich weiß gar nicht, was jetzt damit gemeint ist, Leute. Und jetzt 2020. Lol, was ist das denn für eine Map? Die kenne ich gar nicht. Lol, die Map habe ich noch nie vorher gesehen, Junge. Lol, wie krank. Okay, Leute, wir haben hier einmal Roblox Stumbleguys. Lol, Clash Royale. Und Free Fire. Ja, was? Digga, was ist das denn für ein komisches Short, Bro? Äh, wie komisch. Okay, Leute, schauen wir einfach mal. Die letzte Runde Minecraft gegen Stumbleguys. Okay, Like für Minecraft, Subscribe für Stumbleguys. Okay. Ah, Leute, das ist einfach so ein Entscheidungsbattle. Ah, okay, ich feiere persönlich Minecraft, glaube ich. Aber, ah, wobei, ja, doch, Minecraft ist schon krasser eigentlich. Okay, Leute, schauen wir auf jeden Fall mal, wie das Ganze ausgeht. Spin 1500 Gems auf dem Spezialrad. Okay. Ich glaube, der will Dynamite Trout, also den Blitz Ninja hier bekommen, oder? Das steht zumindest, ähm, das steht zumindest, äh, hier in, ja, in, 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 in dem Titel. Oh. Oh, mein Gott, noch mal der. Jo, gefühlig. Fühlig, Alter. Okay, Leute, schauen wir mal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, der Typ ist zu krank. Wie spielt er das denn? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, wie krank. Ey, das ist zu heftig. Ich finde das so schwer. Oh, mein Gott, was? Digga, der nimmt einfach das ganze System auseinander. Bro, niemals, niemals schafft er das. WTF? Ey, das ist geisteskrank, ne? Das ist sehr, sehr heftig, Mann. Digga, das ist, das ist ehrlich, anderes Level, Leute, was der hier macht. Bro, ich werde niemals so gut in Blockdash sein. Junge, der kann das unendlich machen. Höh? 17? 17 Mal geschafft. Geisteskrank. Und das nächste Short. Digga, der weint hier einfach die ganze Zeit. Junge, was ist das denn? Da kommt einfach so ein Minecraft-Steve. Ich check gar nichts mehr, Leute. Okay, neues gegen altes Stumbleguys. Oh, Alter, damals, damals war das nicht so cool, bin ich ehrlich. Heutzutage viel cooler. Auch, ich finde Super Bowl Scramble viel cooler als Cannon Climb, da bin ich ehrlich. Oh, Scopely. Und damals natürlich KitKat, äh, KitKat Games, genau. Ja, okay, krass. Schon sehr heftig, Leute. So, dann haben wir einmal Over and Under. Oh, mein Gott. Das war so voll cool animiert eben. Lol! Digga, das ist ja voll krass animiert. Okay. Lul. Mega cool 3D animiert hier, das Ganze. Alter. Junge, da hat sich jemand echt mega Mühe gegeben. Boom. Und drin im Ziel. Sehr, sehr krass. Okay, Leute. Lul, hier sind alle so Ninjas irgendwie in dieser Map. Nein, King Ninja in Laser Tracer. Was geht denn jetzt ab? Keine Ahnung, was da geschrieben steht. Ich kann leider die Sprache nicht. Aber jetzt sehen wir es scheinbar. Oh, sehen wir jetzt ein krasses Laser Tracer Battle? Oh, mein Gott. Lol. Krass. Alter. Okay, die nächsten Top 7 Stumblegeist Skin Fusionen. Oh, der wäre übertrieben krank. Emerald Mami. Digga. Einfach so eine Emerald Mumie. Dann der Golden Bear. Okay, der wäre auch sehr, sehr cool. Es gibt ja auch den Golden Rabbit, der ist so ähnlich. Lul, Bro. Alter, der ist ein bisschen gruselig aus. Da bin ich ehrlich. Boah, Goblin Future. Alter, den würde ich ja saukrank feiern. Ich feiere nämlich diesen Goblin Meg auch sehr, sehr. Lol, Inferno Dino. Oh, mein Gott. Wie krank ist der denn? Digga. Und, oh. Okay, das ist der krasseste bisher. Der Darkus Dragon. Das Junge. Geisteskrank. Lol, wie krank ist der? Okay, das ist mit Abstand der heftigste. Thomas Stumble Shelby. Mega coole Skins. Als nächstes sollen wir hier wohl krasse Tricks sehen, die damals möglich waren. Und... Lol, in der 0.29 konnte man hier komplett rüberjumpen. Oh, Alter. Das ging nur in manchen Versionen, ne? Krass, Leute. Sehr, sehr heftig. Und lol. Digga, was ist das denn jetzt? Das ist einfach so ein Mops im Hintergrund. Hä? Digga, ich check wieder gar nichts. Oh, mein Gott. Was ist das denn für ein seltsames Short, Leute? Keine Ahnung. WCF. Oh, wir sind jetzt in der krasse Skin-Fusion. Da bin ich mal gespannt. Einmal Mr. Stumble und Zombie-Skin ergibt... Oh, Mr. Zomboy. Der ist krass. Den feier ich. So ein bisschen mit Brainy Brian, halt nur ein bisschen anders, ne? Sehr cool. Oh, mein Gott. Und hier sind wir jetzt Stumblegeist Glücksrad in Real Life. Wie sieht das denn aus? Oh, wie geil. Junge, das feier ich ja ultra. Ey, liked mal dieses Video, wenn ihr auch sowas gerne hättet, Leute. Okay, was geht jetzt in diesem Short ab? Boah, Alter, wir sind so eine Skin-Fusion oder so. Alter, wie krass. Boom. Boom. Geil, immer so ein krasser Skin-Übergang. Das sieht richtig cool aus. Und lol, Digga, hier ist es einfach so... Digga, einfach so Pokémon-Skins hier. Apollo und Gengar. Lol. Nachtara. Geil, und Evoli. Ich feier Evoli mega. Leutra-Guran und Glurak in Stumblegeist. Crazy. Auch sehr krasse Skins. Leute, damit würde ich auch sagen, ich hoffe, euch haben die Shorts gefallen. Ich fand sie ultra geil. Lasst doch mal live dein kostenloses Abo. Bis dann. Ciao. Ciao.